Zucker kann einen unglaublich negativen Effekt auf deinen Zyklus und deine Fruchtbarkeit haben. Das ist neben Zuckeraustauschstoffen ein unglaubliches Sauzeug. Und ich möchte dir ein paar Infos dazu geben. Mehr erfährst du im Video. Willkommen in meiner Küche. Ich bin Melissa. Ich nehme mich heute mal mit und zeige dir mal ein paar Produkte. Ich habe eben ein paar Produkte zusammengesucht, die Zucker enthalten. Jetzt passend zum Thema. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Denn wir verzichten schon größtenteils auf Lebensmittel, die Zucker enthalten. Wir haben da vor einiger Zeit mal wirklich Tabula Rasa gemacht, alles aussortiert, wo Zucker drin war. Aber bei vielen vermutet man das gar nicht, dass da so viel Zucker drin ist. Und wir haben das gemacht, weil uns das eben selber wichtig ist, uns bewusst zu ernähren. Aber eben auch für unsere Kinder, die sollen eben auch einen bewussten Umgang mit Zucker und Süßigkeiten lernen. Das heißt bei uns nicht Verzicht. Also man sieht das ja hier, wir haben auch durchaus Süßigkeiten da. Aber uns ist eben wichtig, dass wir da ganz bewusst mit umgehen. Das wird dir also auch jetzt im Kinderwunsch helfen für deine eigene Gesundheit, für deine eigene Fruchtbarkeit. Am Ende des Videos sage ich dir nochmal ganz konkret, was du beachten kannst und was du tun kannst in dem Zusammenhang. Und was wirklich den größten negativen Effekt hat, wo du direkt ansetzen kannst. Aber es wird dir später auch helfen, wenn dein Kind dann da ist, um eben diesen bewussten Umgang mit der Ernährung vorzuleben. Aber natürlich auch an dein Kind zu vermitteln. Und dann wird auch dieses Verlangen nach Süßigkeiten gar nicht so riesengroß, haben wir festgestellt. Zucker, du weißt das. Wir haben hier natürlich die absoluten Killer. Da weißt du selber, dass die ungesund sind. Die isst du vielleicht auch gar nicht oder nur selten. Das ist schon mal super. Es gibt aber natürlich auch so ein paar Tricks auf den Produkten. Und man wird dann ganz schnell zum Produktopfer, weil die so gut aussehen oder weil sie irgendwie einen einsprechen. Oder weil eben Versprechungen gemacht werden, die zu unserem Wertebild in Richtung Ernährung passen. Wie zum Beispiel das hier. Das sind so Müsli-Flocken für Kinder mit Schokolade. Und da steht drauf, 35% weniger Zucker. Achte drauf, wenn du einkaufen gehst, steht jetzt stellvertretend auch für andere Produkte, wo sowas draufsteht. Das müssen jetzt keine Kinderflocken sein. Aber achte einfach drauf, wenn du einkaufen gehst und da steht drauf, x% weniger Zucker. Achte bitte trotzdem darauf, wie viel Zucker im Verhältnis zu anderen Produkten da drin ist. Hier in diesem Fall sind es jetzt immer noch 14 Gramm. Und das heißt jetzt nicht zuckerfrei. Da ist vielleicht weniger Zucker drin, aber es ist nicht zuckerfrei und hat entsprechend trotzdem noch einen Effekt. Den Zucker eben durchaus hat. Zum einen hat es natürlich einen Effekt auf deine Energiebilanz, auf deinen Biorhythmus am Tag. Wie energiegeladen du dich fühlst, beziehungsweise wie schnell du auch in ein Loch fällst, wenn du was gegessen hast und da erstmal wieder rauskommen musst. Das kann ganz schön Arbeit sein. Und zum anderen hat das natürlich auch einen Effekt auf deinen Zyklus, auf bestimmte Störfaktoren. Dazu später nochmal mehr. Klassiker ist auch immer Ketchup. Da ist auch unglaublich viel Zucker drin. In Chips beispielsweise ist auch unglaublich viel Zucker. Neben der Tatsache, dass da immer viel Fett drin ist. Aber auch hier zum Beispiel, gell, Brötchen oder Brot, Weizen, Mehl ist eh schon Zucker. Und man nennt das kurzkettige Kohlenhydrate. Die geben dir halt wenig Energie, geben dir nur Kurzenergie. So kann man es sich ganz gut merken. Und zusätzlich ist eben auch noch Traubenzucker und Zucker drin. Ja, also das verstärkt den Effekt nochmal. Ist also vielleicht nicht so ganz ideal. Wir haben das so als Emergency Case ja tatsächlich mal zu Hause. Als Emergency Kit, wenn wir mal zwischendurch, wenn unsere Kinder hungrig sind, isst man halt mal so ein Brötchen. Aber grundsätzlich ist eher darauf zu achten, dass man den Zucker größtmöglich vermeidet. Und wenn man ihn isst, also wenn man sich zum Beispiel mal ein Stück Schokolade oder so gönnt, dann greifen wir ganz gerne zu dieser hier, zu einer, nicht unbedingt von der Marke her, ihr könnt natürlich die auch suchen, die da am besten schmeckt. Aber wir nehmen da immer eine Edelbitterschokolade mit einem hohen Kakao-Anteil. Da ist schon weniger Zucker drin, aber trotzdem immer noch, in diesem Fall, 13,8 Gramm pro 100 Gramm. Und was total krass ist, das wusste ich vorher gar nicht, dass da auch Soja drin ist. Und Soja ist auch absolut schlimm. Da sind Phytoöstrogene drin. Wenn du eh schon ein Problem hast mit einem unregelmäßigen Zyklus, mit einer Östrogendominanz, mit einem Progesteronmangel oder vielleicht auch nach Absetzen der Pille Probleme hast, wieder in einen regelmäßigen Zyklus zu kommen und regelmäßig einen Eisprung zu haben, dann ist Soja wirklich keine gute Wahl. Dazu kann ich auch gerne nochmal ein separates Video machen, wo ich da nochmal ein bisschen mehr Informationen zugebe. Aber ich war echt eben total überrascht. So, ich hatte dir versprochen, ich gebe dir noch eine Info, worauf du wirklich achten kannst und was denn auch einen ziemlich extremen Faktor hat auf deine Fruchtbarkeit und auf deinen Zyklus. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass Zuckerausdauerstoffe einen wirklich negativen Effekt auf die Darmflora hat. Also in dieser Studie wurde zum Beispiel gesagt, dass nach einer Woche bei den Probanden schon Unterschiede in der Darmflora festgestellt wurden. Ich verlinke dir hier nochmal ein Video zu der Wichtigkeit von deiner Darmgesundheit im Kinderwunsch. Das ist unglaublich wichtig, vor allem auch wenn du lange die Pille genommen hast oder auch andere Medikamente. Das sind solche Störfaktoren, wenn die Darmgesundheit nicht in Ordnung ist, dass das auch deinen Zyklus negativ und nachhaltig beeinflussen kann. Und deswegen lohnt es sich mal wirklich aufs Produkt draufzuschauen, ist da vielleicht kein Industriezucker drin, kein normaler Zucker, aber sind da vielleicht chemisch hergestellte Zuckerausdauerstoffe drin, die eben auch einen negativen Effekt haben können. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO einen maximalen Zuckerkonsum von 10%, besser noch 5% pro Tag empfiehlt, und du das mit einer Dose Cola schon überschritten hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal auf die anderen Produkte zu achten. Denn wir wissen, Kleinvieh macht auch Mist und wenn wir da jetzt diese ganzen Produkte essen und dann auch noch mehrere davon am Tag, dann haben wir dieses Ziel oder dieses Negativziel durchaus auch schon erreicht. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie viele Produkte du gefunden hast bei dir im Haushalt oder bei dir in der Küche, wenn du sowas ähnliches machst wie ich hier, die einfach mal rauszusuchen, wo irgendwie Zucker oder Zuckerausdauerstoffe draufstehen und gib mir mal ein Feedback, wie viele das dann tatsächlich sind. Ich freue mich total, dass du dabei warst bei dem Video, dass du deine Ernährung bewusst angehen möchtest, damit deinen Zyklus, deine Fruchtbarkeit positiv beeinflussen möchtest. Ich weiß, wie viel da möglich ist. Ich habe es selber gemacht und bin mittlerweile Mama von zwei Kindern, deswegen, du kannst das auch schaffen. Ich freue mich total, dass dich dieses Thema interessiert und ich freue mich natürlich auch, dich in den nächsten Videos wiederzusehen. Ich freue mich total, dass du dabei bist.